Auf Antrag des Landeshauptmanns hat der Südtiroler Landtag in einer außerordentlichen Plenarsitzung die Umbildung der Landesregierung von neun auf acht Landesräte mit 18 Ja, 16 Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Gleichzeitig wurden die Zuständigkeiten für Gesundheit, Breitband und Genossenschaftswesen, die Landesrat Thomas Wittmann innehatte, auf Landeshauptmann Kompatscher übertragen. Die Umbildung sei notwendig geworden, da es zu einem Vertrauensverlust gegenüber dem ehemaligen Landesrat gekommen sei, so der Landeshauptmann. Grüne Team K und demokratische Parteibürgerlisten kritisierten, dass erneut die gleiche Mehrheit wie zu Beginn der Legislaturperiode vorgeschlagen würde und dass Kompatscher die neuen Zuständigkeiten einfach übernehme, ohne einen neuen Gesundheitslandesrat in Betracht zu ziehen und ohne zu erläutern, wie er diese gestalten wolle. Fratelli d'Italia klagte, dass die Liga Salvini die Gelegenheit nicht genützt habe, mehr Kompetenzen einzufordern, um dadurch die italienische Komponente in der Landesregierung zu stärken und forderte Neuwahlen. Perspektiven für Südtirol, Freiheitliche und Südtiroler Freiheit haben im Allgemeinen über die Politik der Landesregierung geklagt, welche sich nicht ausreichend um die Belange der Bürger kümmere. Enzian hat Kompatscher vorgehalten, nicht früher gehandelt zu haben, da er die Aussagen von Wiedmann schon seit zwei Jahren gekannt habe. Alle Oppositionsfraktionen haben gegen die Umbildung der Regierung gestimmt, außer die Fünf-Sterne-Bewegung, welche sich der Stimme enthalten hat, da die Courage für einen richtigen Misstrauensantrag gefehlt habe und auch Landesrat Vitorato aus der Regierung hätte ausgeschlossen werden müssen. Was die Mehrheit betrifft, so haben Forza Italia und Lega Salvini darauf verwiesen, dass die Zuständigkeiten in einem zweiten Moment neu definiert würden. Die SVP hatte hingegen die Arbeit der Landesregierung, welche immer die Bedürfnisse der Bürger im Auge gehabt habe, verteidigt und sich bei Landesrat Wiedmann für das Getane bedankt. Thomas Wiedmann hat auf die geleistete Arbeit hingewiesen und gemeint, dass es für das Land nicht gut sei, ein Ressort wie die Sanität ad interim zu verwalten oder es einem Technokraten zu überlassen. Landeshauptmann Kompatscher hat dazu betont, dass über die Verteilung der Zuständigkeiten in einer anderen Sitzung entschieden werde.